Moin Leute! Ukulele spielen ist nicht mein Ding, wie ihr hören könnt. Aber ich kann euch erzählen, wie so eine Schnellkupplung an einen P-Welf angebaut wird. Darum geht es heute in dem Video. Ja, viele kaufen sich hier so ein Set für ihren Pinkelventil, eine Schnellkupplung, dass man zwischen den Tauchgängen einfacher das Pinkelkondom oder das Schipi trennen kann vom Pinkelventil. Aber fragen sich, wie wird das eigentlich zusammengebaut? Man hat hier ganz viele Ersatzteile oder Kleinteile und jetzt ist die Frage, wie wird das zusammengebaut? In der Regel, wenn man das P-Welf verwendet, ohne so eine Schnellkupplung, dann hat man das P-Welf, was im Anzug verbaut ist und hat diesen Konnektor, der hier drin steckt im Schlauch und wird verbunden, entweder mit dem Pinkelkondom oder dem Dive-P zusammen konnektiert. Ich persönlich habe ja schon in meinem Video über Pinkelventil gesprochen, dass es einfach sinnvoll ist, sich so eine Schnellkupplung anzubauen, denn gerade zwischen den Tauchgängen, wenn man das auseinanderzieht, dann spritzt Resturin rum, das will man ja nicht. Deshalb so eine Schnellkupplung. Angebaut wird das Ganze ziemlich einfach. Wir müssen diesen Part hier wieder rausholen aus dem Pinkelventil, das heißt wir ziehen es hier wieder raus, haben das separat. Dafür kommt dann dieser Part rein. Es gibt da zwei Arten, die man überlegen kann, wie man es anstellen kann. Entweder setzt man diesen hier ins Pinkelventil rein, ich persönlich finde aber auch den Ansatz sehr, sehr gut, wenn man diesen hier reinsteckt. Denn wenn man mal seine Schnellkupplung vergessen hat, was mir immer mal wieder passiert, dann hätte ich die Möglichkeit trotzdem noch hier ein Pinkelkondom drauf zu ziehen. Hält auch, funktioniert auch, wäre eine Möglichkeit. Aber die meisten, und so würde ich es empfehlen, machen es so, das heißt sie haben hier den großen Teil, sozusagen das weibliche Stück und dann kommt auf der anderen Seite, haben wir einen Verlängerungsschlauch, diesen Stück Neopren. Dort kommt dann die Seite, was vorher im normalen Pinkelventil drin war. Und jetzt brauchen wir natürlich noch die andere Seite, hier wird auch weiterhin das Pinkelventil oder Pinkelkondom oder Dive-P raufgesteckt, brauchen wir natürlich noch was auf der Seite. Und dafür haben wir das männliche Stück, das wird hier eingebaut. Wenn ihr dazu warmes Wasser verwendet und das vorher einmal richtig warm macht, dann merkt ihr, könnt ihr das da auch besser einfügen. Oder einfach unter einen warmen Wasserhahn halten oder mit einem Föhn warm machen, funktioniert ziemlich gut. Gut, also hier rein, das Ganze, ich mache es jetzt, baue es nicht ganz fest, weil ich habe jetzt hier kein warmes Wasser, aber zack, so. Komm rein hier. So, das auf der Seite. Und jetzt kann der hier gekoppelt werden, das heißt er wird jetzt hier zusammengesteckt. Wenn man tauchen war, kann man den ganzen einfach hier reindrücken und das Ganze lösen, ohne dass man das auseinanderziehen muss. Und es spritzt überall rum, deshalb diese Schnellkupplung. Man kann zwischen den Tauchgängen, gerade wenn man das jetzt hier, ich sag mal, drinstecken hat, im Pinkelkondom, hat das Ganze hier so sitzen. Kann man zwischen den Tauchgängen gibt es diese rote Kappe hier oder orange Kappe, die man hier raufsetzen kann, sodass hier nichts rauskleckern kann, kein Resturin oder sowas. Genauso gibt es auch noch Blindstopfen hierfür, sodass man das Ganze auch hier nochmal blind stecken kann, aber das ist ja in der Regel, ist hier kein Resturin drin. Es gibt auch zu kaufen, auch bei der Firma Hesa, diese mit Schnellkupplung, sodass es hier eine Dichtkupplung hat. Das heißt, der macht automatisch zu und in dem Moment, wo man es reinsteckt, ist es offen. Sobald man es hier wieder löst, ist es komplett geschlossen. Gibt es auch, auch hier gibt es die Variante, ist auch eine Schnellkupplung, das heißt eine Dichtkupplung drin, sodass man auch hier nichts rauskommen kann. Kann man auch so kaufen. Ich persönlich finde die Variante am einfachsten, besten. Die benutze ich, finde ich eigentlich so am besten. Das Ganze kann man kaufen hier im Set. Die Firma Hesa bietet das an, aber auch andere Lieferanten haben das, glaube ich, im Programm. Ich kenne es nur von dort. So ist das Ganze zusammengebaut. Ziemlich simpel, ziemlich einfach. Und wie gesagt, wie man so ein Pinkelventil einbaut, werde ich euch in einem anderen Video zeigen. Denn da will ich euch zeigen, wo sitzt das Ganze und wie wird es eingebaut. Das machen wir dann beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Und schreibt mir wieder in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Bis zum nächsten Mal.